hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge Robin Hood Sherwood Builders ihr wisst das ist hier kein Let's Play ich nehme euch nur gelegentlich mit zu einer Folge gemütliches durch den dschungel streifen also nicht erwarten dass das hier ein Let's Play wird einiges überspringe ich einige spiele ich einfach für mich alleine so habe ich zum Beispiel gerade hier in die beiden bestehenden Hütten jeweils Aufträge hinterlegt zum Beispiel hier Kupferwaren herstellen das läuft dann tatsächlich auch von alleine und das gleiche hier vorne auch noch mal das sind Getränke beziehungsweise in dem Fall irgendwelche Schafgaben Getränke Getränke genau was haben wir denn hier riecht recht appetitlich hat aber einen bitteren Nachgeschmack das stellt für ohne Kraft und Kampfgeist wieder her auch ich habe eigentlich genug Kampfgeist also ne das könnt ihr auch in Auftrag geben und dann einfach mal euch weiter weg bewegen ansonsten mal ganz kurz gucken wir müssten ein bisschen was essen damit wir mal das war es auch schon wieder die Hähnchenkeulen sind damit weg Hasenbraten da haben wir zwei den könnten wir auch noch dazu nehmen gut ich hatte mich schon mit mir selber darauf geeinigt dass wir jetzt mal diese Quest hier machen lege dich nicht mit den Söldnern an finde die Bezahlung da werden wir jetzt gleich hierhin reisen wenn wir fertig sind und dann den Weg hier rüber laufen mal gucken ob wir über die Brücke kommen vielleicht ist das eine Herausforderung müssen wir mal sehen als ich gesagt habe ich gesagt noch nicht hier das mit ungesunden Wettbewerb das haben wir beim letzten Mal ja versucht Nikolaus hier der Rohstoffhändler den können wir irgendwie nicht ansprechen ich habe auch keine Ahnung warum der dort jetzt nicht so will hier haben wir noch sieben Punkte zu vergeben das machen wir auch mal in Ruhe und wir müssen mal gucken unser Bogen ist auch jetzt nicht der beste und das hier das hat mir total vergessen benutze die Dorfgebäude also mittlerweile hat sich der Steven das Spiel auch gekauft und der hat mir gestern Abend den Hinweis gegeben das mag wohl damit zusammenhängen welche Gebäude ich gebaut habe und welche noch nicht so hier zum Beispiel Schwertangriffe Trainingsgelände Schießplatz Trepperhütte und deswegen wollte ich noch mal gucken ob wir nicht noch das eine oder andere Gebäude zusätzlich bauen können mal gucken was so möglich ist zum Beispiel hier könnten wir noch mal die Gemeinschaft ein bisschen stärken wir haben noch drei verfügbare Arbeiter dann gehen wir mal eben dort hier hin beim Angler auch noch mal einen zweiten da wird ja gerade alle haben können die das ruhig machen beim Kräuterkundigen muss ich tatsächlich nicht unbedingt der sammelt Schilf ja ist okay muss jetzt aber auch noch nicht und der hier sammelt Kupfer guck mal das kann man natürlich dann schon mal auch ins ins Gelände schicken was hatte der noch mal sieben Schilf weiß jetzt auch nicht warum die anderen hier vorne so langsam sind naja gut also die holen sich ein bisschen Rehfleisch gut aber zurück noch mal zu der Frage was können wir denn noch aufbauen Trepperhütte können wir nicht machen das können wir auch nicht machen wir müssen mehr Pinien sammeln Schießplatz könnten wir auch mal bauen heißt wir werden noch mal die das Haus noch mal bauen müssen haben wir überhaupt noch Möglichkeiten ich glaube nicht nur weil die Pinien halt fehlen gut das kann jetzt auf dem Weg quasi erledigen also wir haben ein bisschen Pinien dann können wir noch mal so ein Haus bauen hier so genau und hier gucken wir dann mal Pinien müssen wir dann wirklich viel bauen äh viel abholzen können wir nicht einen Holzfäller bauen hier das müssten wir bauen Pinien 25 zwei Silberbarren brauchen wir dafür gut und die Deko Objekte nicht genug Ressourcen okay mit gar nichts von bauen ne ich mein Plumpsklo gut also wir sammeln Pinien das ist auf jeden Fall the way to go und wir werden eben uns jetzt auf die auf den Weg machen noch mal gucken ich glaube wir haben alles genug wir haben genug Pfeile wir haben einen Bogen ich habe noch mal Notfalls Seen da mitgenommen um einen neuen Bogen herstellen zu können hier braucht eben Holz und Sehne Pfeile brauchen auch Pinien wir haben hiervon genug ja ich denke machen wir uns mal auf den Weg wenn wir uns kurz nochmal die Map angucken genau im Kern ach so genau wir würden ja hierhin teleportieren um das auch mal sich anzugucken wie schnell da eigentlich die Ladezeiten sind man verliert immer ein bisschen Energie in dem Fall ein Prozent glaube ich an Hunger da teile ich für nicht so viel das kann man wirklich vernachlässigen wir sind dann tatsächlich einmal hier was machen hier so Geräusche aber das sind offensichtlich die ganzen Rehe und Hirsche die hier um mich herum laufen man 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 so jetzt müssen wir irgendwie hier Ding 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 einmal einfach geradeaus zum Wasser und nach dem Wasser dann bis zum Weg wir nehmen mit was wir kriegen können und gucken nochmal hier so vielleicht nehmen wir tatsächlich so ein paar Pinienbäume auch einfach schon mit Buche den Baum hat er gefällt wie es im Buch steht oh letztes mal ne hier diese wird erhangen Aktion die war ja auch krass oder das war auch eine krasse Nummer was haben wir da ach stimmt es gibt auch Rätsel es gibt es hier auf der Map verteilte Rätsel na klick klick ok jetzt gucken wir uns mal so eins an was ist denn das Dreher mit inneren Ringen mittleren Ringen was müssen wir machen müssen wir das hier herstellen so ein Wegweiser oh wait das hier ist das ist ein Hinweis oder also der zweite muss ein Wegweiser sein jetzt machen wir das mal eben drehe den mittleren Ring so das hätten wir schon mal davon ist auch noch einer der Dreier muss das Kreuz mit dem T-Stück sein nenne ich jetzt einfach mal so das ist schon so hervorragend und der Einer muss das Plus in dem Kreis sein das ist ja hervorragend ist ja easy Achieve man, Drittle me this das ist hervorragend und in der Truhe gibt es Truhe des Lehrlings grundlegende Werkzeuge die den Komfort der Ausrüstung verbessern Gerstenbrot geräucherter Lachskäse und ein Salbeibalsam hohoho, hebe Dietrich auf und was ist das? Goldarmband also ihr merkt, das lohnt sich total hier nice, also nicht nur fürs Achievement tatsächlich, sondern auch sehr gut, jetzt ist das das Ding nach unten, naja gut, haben wir das auch schon mal gemacht finde ich gut würde ich sagen jetzt müssen wir natürlich mal gucken wenn wir jetzt hier so voll beladen sind ist hier eigentlich Tag oder Nacht ob wir eigentlich irgendeine Uhrzeit sehen, ne oder? ne so, wie hieß es, bis zum Weg und dann nach rechts da hinten ist ein Gebäude hier vorne wird der Weg sein, wir schleichen uns mal ein bisschen ran großes Gebäude mit einem Zelt es gibt ja auch so Karawanen, ne, so, ähm oje, hm, hm ja, ja, ich sehe schon hm, wo bin ich? Ich bin da königliche, königliche Soldatenlager hm, 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 hm ne, wir gehen mal hier hoch und versuchen mal den anderen Wegpunkt noch zu holen ich finde es gut, dass es ja auch oben auf der Map so angezeigt wird da ist auch noch was da ist auch noch ein Zelt und die Gegner kann ich meistens noch nicht so richtig gut sehen ich weiß grad nicht, ob da ein Gegner ist drehen wird das auf der Karte angezeigt, hier wo ich bin interessanter Ort, machen wir mal so würde mich jetzt mehr für das Dingsschild hier interessieren 285 müssen wir gerade für 285 müssen wir den Kopf hinhalten ich drücke immer die falschen Knöpfe so, finde die Bezahlung der Söldner also nach rechts müssen wir jetzt ein bisschen die Frage findet die Bezahlung der Söldner nur eins gibt Robben die Bezahlung der Söldner Gucken wir mal, hier liegt auf jeden Fall Zeugs rum vielleicht können wir uns das Zeugs auch holen ja, das könnten natürlich auch Gegner sein jetzt, ne Drei Wachen sehe ich auf jeden Fall okay ach, ich muss mir mal was hinsetzen mal gucken, hier ist einer drin da gibt was, aber was ist das, sind das die Päckchen, die wir holen müssen oh, warte mal, der sieht jetzt mal anders aus als der gerade, oder? da ist einer ein bisschen bedauerlich, dass das hier nicht so besser angezeigt wird die Ratten sind auch schön ach, da hinten steht auch noch einer ne, ist tatsächlich nur einer vielleicht holen wir uns den mal wenn der gerade nicht aufpasst das ist jetzt vielleicht ein bisschen bedauerlich, ne? oh wow sehr gut so, wir machen mal das, was wir können das ist ja 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 ah Komm den an, jetzt mal hier. Unsterblich, was? Wieso sind die denn jetzt unsterblich? Auch jetzt ist er wieder full HP. Nee, 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 nee. Okay, wartet mal. Wir lassen uns mal erschießen. Komm, mach mich mal alle. Oder noch besser. Wir laden auf den letzten Spielstand. Das ist ja crazy shit. So, was haben wir denn heute eigentlich? Es ist 16.10 Uhr. Dann wird das wahrscheinlich der hier sein. Uff. Okay, also erstmal, da gibt es ein Konvoi. Das stresst mich ja total gerade, dass da noch ein anderer Konvoi dann läuft. Und auch interessant, dass wir den nicht einfach direkt hitten konnten. Aber gut, das war vielleicht auch mein Fehler. Ja, das war vielleicht wirklich mein Fehler, weil das halt... Hütten wir jetzt einfach nochmal. Das ist ja kein Problem. Heißt, wenn der da rauskommt, laufen wir ihm nach. Und killen ihn dann, wenn er da hinten steht. Wir müssen halt nur... Ich hatte halt das Ding nicht ausgerüstet, ne? Oder noch besser. Wir laufen ihm nach, wenn er da reingeht. Aber ich weiß nicht, ob die da hinten zugucken. Stufe 6. Keine Ahnung, welche Stufe wir sind. Sind wir eigentlich noch sichtbar? Ist das unten links das Auge? Ist das sichtbar das Auge? Kann sein, ne? Bedauerlich. Oh, wow. Was macht ihr denn? Nee, komm halt rein. Aua. Aua. Heerenstufe 2-Typik kriege ich auf jeden Fall. Aua. Okay, ihr macht das. Ich gucke mal mich eben um. Stufe 5-Typik, jawohl. Und Stufe 2-Typik. Wollen wir jetzt auch mal zuschlagen, machst du? Stufe 1-Typik. Oh. Ich muss mal ganz kurz ins Inventar. Und diesen Trank. Hatten wir nicht gerade... Oh, wir haben die Tränke zu Hause gelassen. No way. Okay. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Okay, wir sind gleich tot, sagst du? Oh. So. Und beeindruckt das denn jetzt irgendwie? Nicht so wirklich, sagst du? Oh, shit. Okay. Aber ich war gut. Also ich war mir ist nicht besser als beim letzten Mal. Nur das mit dem Sneaky Sneaky hat nicht so funktioniert. Dumm. Ich habe die Tränke halt zu Hause gelassen. Richtig dumm. Wir versuchen das noch mal. Vielleicht kriegen wir den trotzdem ausgeschaltet. Oder auch nicht. Nein, nix enemy. Alter. Jetzt ist aber gut. Lass das mal. Habe ich eigentlich auch ausweichen muss hier? Ja, 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 ja. Ist ja gut. Oh Gott. Okay. Nein. Chill halt mal. Ah. Ah. Nee, 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 lass doch mal. Ja, komm schon, ihr wollt's doch beide. Was haben die denn für eine Reichweite? Okay, ich kann nicht ausweichen, das ist mein Problem. Search the premises. Okay, wir machen mal folgendes. Wir gucken nochmal eben, ob wir hier ein paar Sachen vergeben können, die uns vielleicht helfen. Zum Beispiel mehr Schwertschaden. Was haben wir denn hier? Schwertschaden plus 3%. Schwertspezialschaden. Blockdurchdringung. Erhöht den Schaden, den eine Waffe trotz Glocken verursachen kann. Das finde ich gut. Schwertspezialschaden. Schwertenergieverbrauch. Schwertschaden. Machen wir das mal so. Und irgendwas hätte ich ganz gerne... Gerne. Statusschäden. Das Problem ist ja, wie ihr gesehen habt, Werkzeugausdauer, Minenschaden, Holzfäller-Schaden. Schaden bei Angriffsversuchen. Erhöht den Schaden, der bei einem nicht-dualen Tarnungsversuch entsteht. Mit kritischer Schaden. Rüstungspanzer. So, anwenden. Das ist schon mal der erste Punkt. Da haben wir uns schon mal ein bisschen verbessert. Wegweiser. Haben wir das jetzt gespeichert? Oder müssen wir nochmal... Du bist zu weit gegangen. Geh zurück zu deinen Leuten. Aber ist das jetzt gespeichert, wenn ich hier draufgehe? Nee, oder? Spielladen. 16.18. Nee. Aber vielleicht können wir speichern. Nee, können wir auch nicht. Wieso können wir eigentlich nicht speichern? Ich möchte das jetzt nicht jedes Mal neu machen müssen. Glauben wir nochmal zurück. Vielleicht speichert er jetzt. Man kann hier nicht speichern, oder? Das ist crazy shit. Okay. Gut, ich sag mal so. Wenn das jetzt hier nicht der richtige Weg ist, dann müssen wir vielleicht nochmal wirklich nochmal hier oben gucken. Ja, genau. Ja, genau. Der ist Level 7. What the heck? Really? Okay, brauche ich vielleicht ein Schild? Ich meine, macht das Sinn, vielleicht ein Schild zu holen? Hallo, wir suchen nur ganz kurz die... Yeah! Was? Ja. Alter, ich seh nichts mehr. Ich muss bei ihm raus. Genau, macht euch ruhig mal gegenseitig, kein Problem. So, jetzt den Dicken hier. Alter, das ist aber auch gemein, also wirklich. Wieso ist das eigentlich? Ah ja, okay, Space ist das. Okay, jetzt habe ich euch, Freunde, jetzt habe ich euch. Umzingelt mich nicht. Mann, ihr seid nur noch zu dritt. Aua. Das ist ein bisschen wie mit den Baumfällen. Es ist ein bisschen wie mit den Baumfällen. Wenn man... Aua. Wenn man im rechten Augenblick... Aua. Au, oi, 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 oi. Wenn man im rechten Augenblick nochmal zuschlagen kann. Okay, gerade keine Ausdauer mehr, das ist ein bisschen bedauerlich. Ja, 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 ja. So, wir sind immer noch hier. Aua, jetzt... Oh Gott, ich habe es gleich geschafft und du... Habe ich keine Pfeile mehr, oder was? Ah, in die Klöten. Das ist schon seit Jahrhunderten die Kampfstrategie Nummer eins. Oh shit. Oh, Mann. Was ist denn das? Nicht dein Scheißernst. Oh. Ich hatte ihn gerade... Ich hatte ihn. Ich hätte ihn noch einmal treffen müssen. Das ist ein bisschen wie bei Dark Souls. Hm. Jetzt habe ich die Punkte auch nicht mehr, oder? Ne, ich glaube nicht. Ach, jetzt muss ich die wieder neu setzen. Ach, ist das doof. Blockdurchdringung. Schwertschaden. Hungertoleranz. Statuswiderstand. Dursttoleranz. Hier, maximale Gesundheit. Okay, anwenden. Vielleicht habe ich das jetzt anders geskillt als gerade. Ach, wie ärgerlich. Ich würde sagen, wir versuchen es noch mal, Sneaky. Und wenn wir dem einen schon mal so ein bisschen Schaden machen, ist das auch mal nicht die schlechteste Sache der Welt. So. Machen wir das noch mal. Ihr habt ja Zeit, ne? Das ist ja ein ganz entspanntes, chilliges Let's Play. Guck mal. Ich sag mal so, ne? Du machst schon mal niemanden mehr Stress. Und hier drin haben wir auch nichts mehr, was uns noch, was wir noch brauchen. Jetzt gehen wir noch mal zurück. Wir müssen ja irgendwie gucken, wo die anderen Halunken jetzt so stehen. Mal kurz außenrum vielleicht. Es wird mir dabei auch schon dunkel, oder? Ich finde, es ist halt von der Beleuchtung her könnte das wirklich viel, viel heller sein. Versuchen wir mal hier lang zu kommen. Das hat gerade auch nicht funktioniert, weil wir hier so langsam sind. Okay, hier hätten wir noch mal einen. Den könnten wir vielleicht von da erledigen. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Probieren das. Der sieht mich nicht. Hahaha. Nice. Ja, jetzt. Ach die. Oh, wow. Oh, wow. Bleibst du stehen? Okay, ich finde die KI macht nicht ganz so fair. Ist nicht ganz fair hier. Aber das können wir doch auch, oder? Warum schießt du denn nicht? Alter. Aua. Alter. okay ich verstehe schon sehr gut der bogenschütze ist genau mein geschmack ich muss mal aufs klo kommen wir jetzt raus hier ich meine ich bin aber gut wir sind gar nicht so schlecht gerade unterwegs wir müssen halt nur mal gucken wo der steckte typen jetzt fängt man zu regnen hervorragend der weiß nicht mehr wo wir sind oder also gut ich weiß nicht mehr wo er ist und er weiß nicht mehr wo ich bin okay das hätten wir so jetzt wäre natürlich schön wenn wir irgendwas finden würden oder sind da oben noch mehr leute das kann ich dann ernst kann ich schon sein was haben wir hier dietrich wenn ich auch ratten abschießen sehr gut sehr gut sehr gut ich denke hier haben wir alles erstmal gelootet also schmalz schön aber wir brauchen irgendwas was heilt vielleicht sollten wir mal essen und trinken komplett auffüllen vielleicht hilft das ja ja da unten ist auf jeden fall was heilen wir uns jetzt trinken noch mal ein bisschen was weiß nicht ob das voll ist keine ahnung so das hatten wir schon was liegt denn hier eigentlich rum scharfgabe hier hinten noch mal gucken ob hier noch was lag aber ich glaube nicht hier hatten wir auch schon alles aufgehoben ne hatten wir nicht, guck mal hier Münzen, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut Stein naja ist jetzt nicht das wichtigste ich will vielleicht ein bisschen überladen kann vielleicht auch sein hier liegt ein Brief, können wir den nicht nehmen scheinbar nicht in das Zelt können wir gar nicht erst reingehen mit dem Mechanismus verriegelt starkes Schloss geschlossen zum Mechanismus dies ist eine Art von Tür die meistens Interaktion mit einem Hebel erfordert den du nicht weit vom geschlossenen Mechanismus findest um den Hebel zu aktivieren benutze die übliche Interaktion schlage den Hebel mit einem Pfeil Hebel na gut wir gucken uns noch kurz rum bevor wir irgendeinen Hebel drücken oder ziehen ist das hier ein Hebel ist schon mal kein Hebel aber ist das vielleicht einfach nur eine Kerze ne aber das ist schon so da ist er guck mal so haben wir aufgemacht hervorragend guten Tag das ist der Hebel alles klar was haben wir hier hebe die Bezang der Söldner auf easy peasy peasy so was haben wir hier noch schickes gestohlene Waren und Dorfholplänge gelegentlich kommst du auf deinen Reisen im Besitz von gestohlenen Waren du kannst sie dem Dorf schuldsten zurückgeben der die rechtmäßigen Besitzer der gestohlenen Waren vertritt und deinen Ruf verbessern du kannst auch für dich selbst sorgen indem du sie bei einem beliebigen Händler gegen Geld verkaufst für einen Geächteten der in den Wäldern lebt und ständigen Gefahren ausgesetzt ist kann es schwierig sein zwischen einem Geldbeutel voller Gold und der Dankbarkeit der örtlichen Bevölkerung zu wählen aber denke daran dass der Ruf manchmal wertvoller sein kann als Gold jedes wichtige Dorf hat einen Vertreter der Dorfschuldze genannt wird in seine Hände kannst du die gestohlenen Waren legen die du zurückgeobert hast als Dank für deine Bemühungen wird dein Ansehen in der Region gesteigert eine ungewöhnliche Belohnung wartet auf den hartnäckigen Gesetzlosen der nach dem Sprichwort von den Reichen stehen und dem Armen geben lebt jedes Mal wenn du in einer Region die höchste Reputationsstufe erreichst erhält der vermummte Bogenschütze der vermummte Bogenschütze ein arzt derartiges und geheimnisvolles Geschenk okay ich sag mal so ich bin ja hier Robin Hood und in meiner Jugend und auch mit Kevin Kostner übrigens vielen Dank nochmal für die Info Kevin Kostner war der Jungmann den ich gesucht hatte den Robin Hood damals gespielt hat der hat alles schön brav den Armen gegeben und nichts für sich behalten und so behalten wir das natürlich auch so ich weiß nur nicht ganz genau das hier ist es gestohlene Waren aus Barnstale Menge 1 von 6 wir müssen übrigens mal gucken ist das hier da wir sind schon bei 9,5 das ist natürlich nice so ich würde sagen wir haben jetzt hier alles gelootet oder vielleicht haben wir das eine oder andere noch übersehen aber ich denke nicht da haben wir ordentlich zugriffen und jetzt werden wir da oben dann nochmal speichern ich hoffe dass das jetzt auch funktioniert mit dem Speichern dieses Wetter ist echt furchtbar hier ja sehr gut er speichert hervorragend so das heißt nämlich wir können uns jetzt mal umgucken das Ruf wurde erlangt bist du dir sicher hier müssen wir hin wir teleportieren uns ganz kurz hier hin ich hoffe dass das Wetter dann besser ist ja und dann war es das eigentlich auch schon die erste Folge ist schon rum äh Quatsch die dritte Folge ist schon rum was rede ich hier was rede ich hier ich muss dringend mal was essen glaube ich damit mein Geist wieder frisch wird 64 Pfeile wir müssen ja 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 Das ist ein fairer Betrag, Robin von den Sherwood-Foresten. Ich trinke zu deiner Gesundheit in der Tavern. Dein Weg ist straight, und das Gold ist immer schwer auf dich. Nehmt das auch als Geheimnis. Du wirst wissen, wie du eine Koffer mit uns machen kannst. Es scheint, dass du sie eher fernst. Auf Wiedersehen. Sei gut, Robin. Sicherlich. Haben wir jetzt was bekommen von ihm? Hier könnten wir kochen. Hier könnten wir die Kiste noch mal looten. Die Kiste haben wir schon gelotet. Luten wir die Kiste auch noch mal. Haben wir auch schon gemacht. Wir sind einfach insane. Finde ich gut. So, soviel zu den Dingen jetzt hier. Ich würde die Quest als nächstes machen. Die Hilde Wulf. Also bei der ungesunde Wettbewerb geht hier sowieso nicht. Es gibt Feinde im Lager. Es ist rot und grün. Mal gucken, wo ist denn das? Da unten ist das sogar. Rette Gudwin vor seiner Enthauptung. Das können wir jetzt gerade nicht tun. Oder können wir hier hinreisen? Ne, können wir nicht. Entdecke zum Reisen. Okay, das heißt wir müssen. Was ist denn das? Das ist ein Steinbruch. Wo ist denn hier? Barnsdale. Robinsdorf. Ist das hier? Event Bridge. Verfügbare Quests. Es sind sogar zwei Quests hier verfügbar. Was haben wir hier? Lager der königlichen Pfadfinder. Hm. Ich werde mir das mal angucken. Ich mache an der Stelle erstmal Schluss für jetzt. Es wird sicherlich eine nächste Folge geben. Aber ich werde mich erstmal selber ein bisschen umgucken. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. kanal so gut. Vielen Dank.